Herzlich willkommen zur Talk24 am 4. Februar. Seit Mittwoch können Schnelltests auch an Laien abgegeben werden, zumindest theoretisch. In der Praxis fehlt es bislang an zugelassenen Antigen-Schnelltests für den Endverbraucher. Zahlreiche Hersteller haben bereits vor Wochen Zulassungsanträge eingereicht, bislang aber keine Antwort erhalten. Nahl von Minden appelliert nun an das Bundesgesundheitsministerium, zeitnah eine Sonderzulassung zu ermöglichen. Das nachträgliche Kürzen des Maskenhonorars empört viele Apotheken. Der Ärger gilt jedoch weniger der geplanten Preissenkung von 5,04 Euro auf 3,30 Euro netto, sondern der Unzuverlässigkeit des Gesundheitsministers Jens Spahn. Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Bernhard Beddinger kommt sogar zu dem Schluss, dass Spahns Honorarkürzung verfassungsrechtlich unzulässig ist. Es liege ein Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes und des Rückwirkungsverbots vor, so Berlinger. Gleichwohl wird die Kürzung wohl kommen. Minister Spahn hat angekündigt, dass die Verordnung noch in dieser Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Auch an dem neuen Preis wird sich wohl nichts mehr ändern. 30 Euro pro Rezept, das gibt es auch im Versandhandel seit Inkrafttreten des Apotheken-Stärkungsgesetzes nur noch für Privatversicherte. Die niederländischen Versender verzichten seit Dezember auf bei X-Boni. Shop-Apotheke kommt jetzt allerdings mit einer kleineren Prämie für den guten Zweck zurück. Für das erste Rezept spendet der Versender 5 Euro an den Verein Herzenswünsche. PTA-SchülerInnen in Nordrhein-Westfalen müssen kein Schulgeld mehr zahlen. Das Land übernimmt rückwirkend zum Jahresanfang die Ausbildungskosten komplett. Der Bundesverband der pharmazeutisch-technischen Assistentin begrüßt die Entscheidung, allerdings die Schulgeldfreiheit reiche allein nicht aus, um den Beruf attraktiver zu machen. Der Krankenhausapotheker, der Ende Dezember im US-Bundesstaat Wisconsin absichtlich mehrere hundert Dosen Covid-19-Impfstoff unbrauchbar gemacht hat, hat seine Schuld eingeräumt. Ihm drohen nun bis zu 20 Jahre Haft. FBI-Dokumente offenbaren ein absurdes Weltbild des Pharmazeuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Atock24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Atock. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.